Der Live-Radio-Wochenrückblick Die Kirche muss auch in Tirol mehr Austritte beklagen. Der Spätsommer, der machte Pause mal in diesen Tagen. Die Schule hat begonnen, wir viele Kinder trafen. Wie ist's mit dem Aufstehen gegangen heute? Nicht so gut eigentlich, weil ich wollte nur schlafen. Tinder hat Geburtstag, das ist es mit dem Wischen. Und Live-Radio tot durch Tirol, um Frühstück aufzutischen. Kaffee, Brot, Marmelade, Apfel, mein Gott, ist es schön. Und dann Flyer gibt's dazu. Und was ist das? Gutschein, also Radio, okay. Alarm, die Tigermücke ist im Lande angekommen. Und unsere Kicker haben aus Schweden einen Sieg mitgenommen. Die Quali und damit die EM-Teilnahme locken. Dabei haben wir ja gedacht. Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Das war's, liebe Tiroler, diese Woche, die ist vorbei. Auch nächste Woche, Live-Radio hören, seid's vorne mit dabei.